Oh, was mein Friseur beruflich macht, ASMR. Ich schneide mir meine Haare selbst und ich kriege das verdammt gut und verdammt gerade hin, wenn man bedenkt, dass ich hier einfach zwei richtig fette Wirbel habe, mit denen das eigentlich fast unmöglich ist, eine gerade Friseur hinzubekommen und man da echt viel Geduld und echt viel Zeit für rein investieren muss. Was ich auf jeden Fall mal wieder machen könnte, ist meine Seiten hier schneiden. Manchmal mache ich das auch mit einem, wie nennt sich das, Langhaalsschneider, aber manchmal ist es auch ganz gut, so ein paar Details hiermit auszuarbeiten. Und ja, ich weiß, dieser Kommentar war blöd gemeint. Es ist mir ehrlich gesagt egal. Ich habe nicht immer das Geld für tolle Hochleistungsschnitte und mache das dann halt selber. Und wenn es dann nicht hundertprozentig aussieht, oh mein Gott, Asche auf mein Haupt. Immerhin traue ich mich was. Was hast du dich in der letzten Zeit getraut? Ich habe euch lieb, Leute. Tschüss.